Willkommen bei meinem neues Video. In diesem Video machen wir ein kleines Blog wieder mal. Wir haben Jason dabei und ja, wir sind gerade kauft. Marco und Edeka suchen irgendwas zum Kaufen. Die hören mich bei euch an. Wie? Ja, was sollen wir jetzt zum Trinken kaufen? So, die haben wir Energies, aber was sollen wir jetzt kaufen? So Leute, wir haben hier einmal, wie heißt die Note? Die schöne, äh, 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 wie heißt die Nummer? Äh, keine Ahnung, die steht da drauf oder so irgendwo. Kostet 1,30 Euro. Mit Fund kann man gerade Mathematik geben. Da denke ich, die zahlen so. Ja, 1, 1,34 Euro. Energies. Abonniert gerne meinen Kanal und liked das Video und teilt das Video mit euren Freunden, dass sie... Ja, 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 hier, hier könnt ihr machen, könnt ihr machen. Hier könnt ihr machen, könnt ihr machen, ja. Es läuft aber Ukraine. Mein Spaß. Nein, nein, ich werde Abonnenten verlieren. Russland ist besser. Ja, aber... Ukraine ist auch gleich besser. Wann haben die diese Versicherung, Digga? Keine Ahnung, seit wann haben die wirklich sowas? Also der wird richtig scheiße schmecken, das sage ich dir. Ja, äh... Der schmeckt so schon nicht gut, aber... Hier haben wir die Maschine dazu. Ja, die will ich jetzt nicht kaufen. Soll ich nicht kaufen? Was ist das Wort? So, Leute, wir haben hier alle Milchprodukte, Milchsachen. Zitas und so. Ziegenmilch. Ich sehe das erste Mal Ziegenmilch in Deutschland, ne? Ich auch. Ich sehe das erste Mal gerade. Digga. Alter, der sieht hier aus wie Jason. Ja, probiere meinst du. Spaß, Digga. So, Leute, für Sportler. Sportler, 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 Sportler. Wer kennt die noch? Zwiebel. Äh, Zwiebel. Als Kind immer gegessen. Die esse ich immer noch, weil das gut schmeckt. Ui. Ja, okay. So, Leute, wir waren jetzt in Markov und haben russisches Brot geholt. Der macht auch gerade Video. Check bei denen auch ab. Ja, verlinke den eh nicht, ey. Doch, ich verlinke. Ja, ich mache immer, Digga. Ich mache auch immer. Ja, hab ich gesehen. Wir befinden uns gerade, äh, Rüppenbach, äh, bei dieser U-Bahn-Stadt. Bei dieser U-Bahn-Station, bei Rüppenbach oder Nuttenbach. So, Leute, ich habe meinen Blitz aufgemacht. Kamera kann schlecht sein. Äh, und wir gehen jetzt rüber, Bosch, neben dieser Wald. Keine Ahnung, wie dieser Wald heißt. Äh, Birkenwald. Oder Birkenwald, Fickenwald. Lass gern ein Abo da, Leute. Und liked das Video. Teilt das Video mit euren Freunden, dass wir Reichweite schaffen. Und durch diese Reichweite schaffe ich meinen Lamborghini zu kaufen. Also, teilt das Video gerne. Und, ja, ich zeige euch ein bisschen die Gegend. So, Leute, überall regnet es. Überall Tropfen, nass. Ich habe so Angst, dass ich auf die Fresse falle. Da ist Mietze Katze, Mietze Katze. Hu, hu, hu. Abonniert gerne meinen Kampenspaß. Und halt mal das Gleiche sagen, Digga. Ja, ich weiß schon. Äh, ja, ähm. Das Problem ist, ich weiß grad nicht, über was ich sagen, was ich reden soll, was ich sagen soll. Ich filme dann noch ein bisschen weiter. Weil jetzt hier, äh, du redest nur. Deswegen brauche ich hier das hier machen. Ja, Werbung habe ich für dich gebrochen. Ey. Der Arme wirft da einen Drehenklick bei Auto. Ey, der hält. Der hält so gut. Ja. Ja. Leute, ich filme dann weiter, wenn ich beim Zielort angekommen bin. Ja. Äh, bis dahin könnt ihr ja jetzt meinen Kanal abonnieren. Genau. Und das Video liken, kommentieren und Video teilen. Damit ich meine Lamborghini finanzieren kann. Äh, ja, ich weiß, ich sag so oft. Aber es muss sein, weil ich bin noch Anfänger YouTuber mit 1.150 Followern. Und ja. Wir sehen uns. Bis gleich. So, Leute, wir sind wieder mal unterwegs hier. Ihr könnt abdrücken. Ja. Und den auch? Ja, wir gehen einfach um 17.60 Uhr. 17.60 Uhr. Ja. Äh, 17.55 Uhr. 17.55 Uhr. 17.55 Uhr oder so ist es gerade, Leute. Wir gehen einfach weit. Und ja. So sieht die Straße aus, Leute. Abonniert gerne meinen Kanal. Ja. So, Leute, ich filme jetzt auch meine Schuhen wie Jason immer. Ja. Ja. Du musst so filmen. Jeder muss sehen, wo du gerade bist. Ja, falls nicht. Du bist gerade wo? Ja. An meiner Schule. Schlechteste Schule. Schlechteste Schule, was man hingehen kann. Ja. Ich hasse Reberbosch, ne? Ich finde hier eigentlich schon wirklich. Ja. 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 So sieht das Ganze hier aus. So Leute, vielleicht sieht ihr nicht so viel im Video. Wir sind gerade in einem Wald. Wie ihr seht. Ich habe den Blitz auf, aber man kann trotzdem irgendwie nicht sehen. Ich bin es immer. Dich auch. Mich auch. Ja. Sehr schön. Äh, jetzt. Gehen wir geradeaus oder biegen wir ab? Lass mal geradeaus. Endlich mal. Okay, lass geradeaus. Ja, meine... Man sieht jetzt... Leute, vielleicht kann man nicht mehr so gut sehen. Ja, egal. Aber ich führe ein bisschen Boden, weil Boden kann man sehen. Ja, schon. Ja, ist ein bisschen... Ah, nein. Ja, lass dich ihm, du scheiß Schmetterling. Hab jetzt nicht von mir. Das ist Motten, du Fisch. Ja, sorry du, äh, deutsches Kind. Oha, Digger. Ja, das meine ich ja. Egal. Die können eh nichts haben. So Leute, ich glaube, ich mach kurz Pause, weil man kann eh gerade nicht sehen. So Leute, ich weiß nicht, ob ihr seht, da sind Wohnungen hier. Man denkt etwas Seltenes, egal. Äh, Wohnungen sind Wohnungen, Häuser sind Häuser. Wieso ich sowas gesagt habe gerade, äh, weiß selber nicht. War unnötig gerade, aber egal. Äh, wir lieben es ja, es unnötig zu reden. So. Ja, man kann einfach nichts sehen, ne. Ja, wie drauf kommt dann noch. Warte. Mach mal auch. Leute, wir haben... Ja, muss bisschen Lungen. 17.57. Genau. Ja, schon mal, warte. Gib mal, dann zeig ich auch. Ja. Ja. So sieht das hier ganz aus. Und Leute, habt ihr gemerkt, ich hab meine Qualität bei Videos verbessert, weil ich war früher... Ja, ich hab früher einfach 450, 460 war das, glaub ich, EPS. Ja, das war ein bisschen schlecht, aber... Ja, aber jetzt 1000... Ja. Ey. Mord auf. Ja. 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 Ja, 5 Stück kommen jetzt hier irgendwie... Ja, Leute, wir haben 17.58. Was sagst du? Ja, 18.58. Das Prank-Boys nachmachen, der versteckt sich hinter dem Baum, ich sag Geister kommen. Soll ich mal? Ja. Ja. GBL... Die ist schon seit... Philipp 4 ist das, glaub ich. Da kann ich mal reden. Okay. Seit... Seit fast 5 Jahren haben... Wartet, Leute. Hab ich sie jetzt. Der, ich seh den Wohnung erstmal hier, was ist das? was ist für eine wohnung ich würde hier lieber nicht im wald wohnen sollen wir so gehen weil da ist kein licht und da ist nicht und wir brauchen nicht weil wir youtuber sind und youtuber brauchen nicht um zu filmen ihr sieht da vorne gleich was ich glaube das wird längst der block was ich was für etwas drehen würde oder eine stunde oder eigentlich schon krass wenn es eine stunde wird leute ich starte jetzt ein challenge ich versuche diesen block ein stunde zu machen eine stunde ja ich weiß ich versuche jetzt ich versuche diesen block eine stunde lang zu machen leute mal schauen wir was was es wird was passieren wird mach ich auch so leute wir laufen ein bisschen hier das ist einfach so ein kleines block was wir euch einfach so mitnehmen wollen bald kommen auch action videos geiler videos challenge challenge pranks auch ja ab weihnachten können sogar eventuell gaming das kommt wenn ich meinen neuen laptop ja halt nur laptop aber ich mag laptop mehr was man den mitnehmen kann überall ja check auf mein zweiter kanal ab leute btg musik ihr könnt dort musik für eure videos anhören runterladen benutzen ihr könnt auch musik hören also checkt gerne ab sind geile musiks den link pack ich in dem beschreibung rein was ich wahrscheinlich ähnlich machen würde aber ihr könnt trotzdem schauen vielleicht mache ich auch vielleicht mache ich auch mal schauen leute check auf jeden fall mein instagram ab leute den link pack ich auch in der beschreibung motorrad mein tiktok könnt ihr auch abchecken der was das was ist das also krankenhaus der wir filmen einfach kranken wir respektlos egal videos video video ist wichtig funktionierende über alle diese menschen gangsters kaputt gemacht ich mache auch jetzt pause wenn was passiert nehme ich euch wieder mit so leute ich habe wieder den blog gestartet wir sind jetzt keine ahnung wo wir gerade sind ja hoffe ich hoffe ich hoffe ich komme ja heilen auch oder ne gell ich filme hier bis in die straßen ich wohne hier eh nicht hier also juckt mich das auch nicht doch gleich noch deine wlan ip adresse meine frau ne ich wohne hier eh nicht darum juckt mich nicht eigentlich viele wissen von meinen anderen blogs dass ich wo ich wohne ich habe das gefühl hundertmal gesagt huyamata aber ich sage nicht genau wo huyamata ist ja groß da gibt es ich kann denken ja leck mein schwanz ja ich habe jetzt mal versucht zu reden naja spaß alter maulio muschi so ein bisschen werbung für die firma machen ja die kaufen mir lambo spaß hier sieht es ganz aus leute wir sind einfach in irgendwelche häuser die baustelle ist da mal ein kleines park ja wir sind einfach im villas einmal nachkriegen die sind voll villas ich filme die einfach ja leute abonniert meinen kanal dass ich auch sein haus kaufen kann damit ich es auch sein haus kaufen kann ich kann das gerade nicht filmen wegen datenschutz gartenschutz ich habe es gerade auch gesehen ja ich auch aber egal der wird eh das video wahrscheinlich eh nicht sehen darum juckt mich auch nicht äh ja oha der der haus sieht echt geil aus aber da ist nicht mal eine tür doch da ein das problem ist in deutschland darf man nicht mal häuser filmen nicht autos filmen keine personen filmen wir sollen mal blogs machen in deutschland digga ja ich habe gerade villas gefilmt ich habe gerade äh autos äh eigentlich darf man das nicht wenn polizei sieht kriegst du geldstrafe ja leute abonniert auch ich weiß es neubau leute abonniert meinen kanal damit ich auch kaufen kann guck mal man darf hier nix filmen guck deswegen filme ich immer ja ich filme einfach autos heute der der wix hat ähm ja hier ist so leute von dieser villas ist eine person jetzt rausgekommen ja aber ja juckt uns nicht wir machen einfach weiter mit dem video ich will jetzt diese eine stunde challenge machen so sieht das ganze hier aus wir müssen aufpassen dass kein auto kommt da kommt auto ähm kommt auch nicht zum glückchen ach so wir sind hier jetzt weiß er schon mal wo wir sind ja ich weiß wo wir sind da vorne ist so ein haus was sie kaufen wollten damals aber haben doch nicht gemacht weil es weil die autohaus fast kaputt ist aber ja wir kaufen eh bald ein neues haus also was passieren wird in der zukunft ich nehme euch ja mit in den in den zukunft von mir soll unten ein bisschen chillen da hinten oder da oder irgendwo boah ich weiß nicht ja lass einfach runter gehen lasst den nunberger kanal äh kanal äh seiden da rechts unten hier ja da kann man sitzen hier hier ja aber schmutzig nein das geht gut hier hier mal ja äh ja ich filme noch bisschen leute da ist der autobahn da ist so ein anal kanal see da sind die brücken über unsere sauren brücke wir sind jetzt hier die treppe runter gegangen wird schön ein bisschen hier und ja leute ich meins ernst abonniert meinen youtube kanal ja leute ich meins ernst jetzt äh könnt gerne meinen kanal abzecken ich versuche für euch wirklich aber wirklich gute blogs zu machen die werden auch langsam gut also bisschen durchhalten leute bald kommen viel geilere blogs spannende blogs und spannende videos also checkt auf jeden fall meinen youtube kanal ab zum beispiel diese eine video mit wir gehen mit pavill geister suchen ist spannend oder das video was wir mit jason gedreht haben diese challenge könnt ihr auch abchecken ist auch ein spannendes video geworden gell spaß ja leute ich mach mal dann pause wir sehen uns dann gleich bei neues video ja man ja leute ich starte gleich nochmal ich mach kurz pause pause hier so leute guck mal wie schön das aussieht so leute guck mal wie schön das aussieht hier kommt auch gerne hier mit freundin spazieren oder mit familie oder alleine macht echt bock leute nehmt aber auf jeden fall koffer damit mit musik dann wird es mehr bock machen hier sieht es aus kanal anal ist hier und dann ist der autobahn halt ja autobahn nervt bisschen aber man kann trotzdem hier gut chillen und leute ich sag euch einen tipp passt hier auf hier sind viele schnecken nacktschnecken unterwegs das ist eklig wenn ihr da drauf tretet bin aus versehen drauf getreten aber egal ich mach wieder pause wir sehen uns dann gleich wenn was passiert oder action meckchen passiert oder wenn ich euch was sagen zeigen will guck mal wenn ich aufnehmen ja drückt er automatisch hier durch diese wasser guck ja guck oh ja digga ich kann nicht ich hab diese striche ja die striche ja und ja bin in dieses loch gefallen ja jetzt kann ich diese video wegschmeißen wie soll ich das jetzt jetzt bearbeiten das geht nicht der ganze display ja ja so sieht das ganze hier aus ich mach kurz pause leute wir sehen uns gleich so leute das war es mit dem blog hier ist jason ja der haben wir gerade einfach gar nichts ah hier kann man was sehen oi ja hier ist jason hier bin ich und zwar gewähnten jetzt das video ich weiß ich wollte diese eine stündliche nicht machen aber scheiß drauf jetzt leute wann anders mache ich das einfach mal ich glaube das video ist eh lang geworden 20 30 min sind das locker also ich hoffe es hat euch gefallen lasst ein abo da äh liked das video äh liked das kommentar da teilt das video um mehr reichweite zu schaffen um zu mehr reichweite um zu mehr finanziert mein lambo äh und ja das war es mit dem video wir sehen uns bei einem neuen blog ciao ciao